Latschenkieferöl. Latschenkieferöl ist das Öl, das aus der Latschenkiefer gewonnen wird, also aus der Bergkiefer. Bergkiefer-Latschenkiefer ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Kiefern. Es gibt drei Unterarten und aus denen kann man eben Latschenkieferöl gewinnen. Latschenkieferöl ist ein ätherisches Öl aus Pinus Montana. Latschenkieferöl wird gewonnen durch Wasserdampfdestillation der Nadeln. Der Duft des Latschenkieferöls ist harzig, holzig und waldig. Latschenkieferöl wirkt konzentrationsfördernd. Man kann Latschenkieferöl zum Beispiel als Badezusatz nehmen. Auch im Saunaaufguss wird gerne Latschenkieferöl verwendet. Latschenkieferöl kann auch ein Bestandteil sein von Massagenölen und auch Massagecremes. Latschenkieferöl kann man auch in der Duftlampe verwenden. Latschenkiefern trotzen Wind und Wetter. Sie überleben unter einer Meter dicken Schneedecke und die Latschenkiefern sind oft die obersten Bäume. Sie sind also an der Baumgrenze zum Beispiel in den Alpen. Die Latschenkiefern werden auch als Minibäume bezeichnet. Das heißt, die Latschenkiefern stehen unter Naturschutz. Man darf sie also nicht nehmen. Nur die Betreiber von Latschenbrennereien dürfen unter besonderen Auflagen die Zweige ernten und dürfen also das aromatische Latschenkiefernöl herstellen. Also Latschenkiefernöl kannst du nicht selbst herstellen. Latschenkiefer ist also eine Heilpflanze. Latschenkiefer kann bis zu zwei, manchmal auch fünf Meter hoch werden. Latschenkiefern haben eine schuppige braunschwarze Rinde und natürlich die Nadeln wie bei allen Kiefern sind immer grün. Für Latschenkiefernöl verwendet man eben die Nadeln, in denen steckt ätherisches Öl und das wird als Latschenkiefernöl bezeichnet. Latschenkiefernöl kann man innerlich und äußerlich verwenden. Latschenkiefernöl kann man auch verwendet zum Beispiel zum Inhalieren. Also in heißem Wasser ein paar Tropfen Latschenkiefernöl und das Inhalieren, das kann schleimlösende Wirkung haben. Die Inhaltsstoffe von Latschenkiefernöl kann das Bronchialsekret dünnflüssiger machen und das hilft, dass das Bronchialsekret besser abtransportiert werden kann. Und so gibt es Latschenkiefernöl sowohl als Öl für Inhalation und es gibt auch Bonbons, die Latschenkiefernöl haben. Latschenkiefernöl hat auch eine antibiotische Wirkung, das heißt, das Öl hemmt das Wachstum von Bakterien. Latschenkiefernöl kann auch verwendet werden, um die Durchblutung der Haut anzuregen und damit das Muskelgewebe zu warmen. Und so gibt es auch Salben und flüssige Einreibungen, die verhelfen können bei verspannten Muskeln, gegen Muskelkater und Rückenschmerzen. Latschenkiefernöl kann auch verwendet werden bei Gelenkbeschwerden. Allerdings sollte man nicht das ätherische Öl nehmen für äußerliche Auftragen, sondern man sollte das dann nehmen in dafür vorbereiteten Einreibungen und Salben. Also direkt auf die Haut sollte man Latschenkiefernöl unverdünnt nicht auftragen. Das reizt die Haut und das reizt auch die Schleimhäute. Entweder man weiß, in welche Trägersubstanz man das Latschenkiefernöl vermischen muss oder man nimmt eben aus Apotheke, Reformhaus, Naturkostladen, Latschenkiefersalben oder Massageölen, um die Muskeln und Gelenke zu entspannen. Es gilt auch, dass man, wenn man krank ist, auch innerliche Anwendungen in der richtigen Dosierung verwenden muss und hier kann man auch wieder Arzt oder Heilpraktiker fragen. Natürlich Latschenkieferbonbons kannst du einfach so lutschen. Man kann Latschenkieferöl auch als Badezusatz verwenden. Latschenkiefernöl hat anregende Wirkung auf Herz- und Kreislauf, aber da muss man mit Arzt oder Heilpraktiker abklären, ob bei Herz- oder Kreislaufbeschwerden, bei Krampfadern oder auch Fieber Latschenkiefernöl als Badezusatz geeignet ist. Soweit also zu Latschenkieferöl. Latschenkieferöl, also eine der bekanntesten Anwendungen von Heilpflanzen in der Phytopharmakologie, in der Pflanzenheilkunde oder eben einfach als Wellness-Anwendung. Latschenkiefernöl, als Duftöl verwendet, hilft auch der Konzentration, hebt die Stimmung, hilft, dass man sich leichter fühlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017